Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Videoblog. Servus Leute, alles gut? Wir sind wieder, wie gewohnt, auf der Autobahn Richtung Linz und wir fahren quasi aufs Poly-Festival. Und davor machen wir noch einen Studiobesuch. Genau. Aber bei Wien verraten wir doch nicht. Dann wissen wir alles. Den ersten Stop haben wir erledigt. René Rodriguez hat uns in sein Studio eingeladen. Da haben wir jetzt einen kleinen Studiobericht gemacht. Können Sie dann ausschauen? Viel Spaß nochmal. Genau. Jetzt fahren wir zweiter Stop, Holy-Festival in Linz. Genau. Da gibt es dann ein Interview mit 2-Tages-Part. Mit He-Hart, ja. Aber es müsste zeitlich eigentlich rausgehen. Und René werden wir auch ein bisschen mit der Kamera begleiten. Seht ihr es dann alles in den Studiobericht, Video. Genau. Ja, Filmen. Jetzt können wir gehen. En. 3 2 1 1 2 2 No, I don't, it's true, I don't What anybody else but you So, dear people, the pool is out, we are now in the city We have to eat a little bit Right, and we don't know what the interview is yet We need to see if we do it tomorrow, it's two days late Let's see if we can get it We are not in the morning, right? Right, it's not good And I call it magic Cut me into two With all your magic I disappear from view And I can't get over Over you I call it magic Such a precious jewel We are now in the old city And now we are going to the Donaut We are now at the old city I call it magic I call it true I call it magic Das war's mit dem Videoblug wieder mal aus Linz, wenn wir uns dort vom Pöstlingberg, 500 Meter über Linz. Schaut mal, schaut so lauender besser aus wie auf der Kamera. Das war's eigentlich, lasst einen Like da, schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!